So, das hier ist jetzt Level 6, wie man jetzt hier gleich sehen will. So. Okay, ich muss mich vor ausachten. Okay, damit das muss, wie es aussieht, da rein. Das scheint so ein Punkt, da schieß ich jetzt einfach mal drauf, vielleicht geht das dann so. Ah, ja, cool. Ist das hier Metall? Ja man, das ist Metall. Können dieses Mädchen jetzt hier auch mal Deutsch labern, das nervt voll. So, das müsste jetzt auch schon wieder Level 6 gewesen sein. Bis zu Level 7.